so damit sind wir bei der letzten aufgabe nämlich compete in the dunk competition wo müssen wir das ganze machen ganz einfach wir müssen hier runter gehen so dann müssen wir genau zu dieser tasche hier gehen enter the dunk contest und dann einfach ein gegenstand benutzen er hat uns mal ein bisschen umgeballert dann gehen wir nämlich mal hier oben hin so und wieso hat die aufgabe nicht gezählt so was von mir doch mal im ersten mal gezählt einfach noch mal probieren warte geht die taste nicht ich hoffe dass es jetzt gezählt hat das problem ist halt einfach dass diese tasche hier immer wieder verpackt ist es ganz seltsam also die tasche hier mal klappt sie mal nicht aber jetzt müsste es eigentlich gezählt haben weil genau so habe ich schon mal gemacht und da hat nämlich alles gezählt so gucken wir noch mal erzählt wieder nicht dieser modus ist echt so verpackt das ist unglaublich aber wie gesagt wenn ihr die aufgabe abschließen wollt einfach hier runter gehen an die tasche und dann habt ihr das ganze auch schon aktiviert ich hoffe ich konnte euch trotzdem weiterhelfen mit dem besucherzentrum ich bin immer noch dran und in dem sinne würde ich sagen erstmal danke an alle neuen abonnenten vielen herzlichen dank und in dem sinne wer noch kein abonnent ist gern abo raushauen oder sogar noch ein like und in dem sinne haut rein